Da sind Sie ja, Sie haben mich gefunden, weil Sie Ordnung brauchen, weil Sie aus Ihrem Chaos raus müssen, weil Sie einfach keine Lust mehr haben auf Ihre Stapel. Lösen Sie sie auf mit mir zusammen mit einer Methode, die nennt sich APDOC und probieren Sie es einfach mit mir zusammen, Sie erledigen das. Mastel auf die Saaste, Ordnung im Büro von A bis Z.